scheiße lasst mich raus willkommen zurück liebe freunde wir waren stehen geblieben bei den leuten die sich gegenseitig lieben ne quatsch ja wir waren stehen geblieben hier auszubauen ihr seht Ich habe das Ganze nochmal ein bisschen umgestaltet, weil das finde ich schöner, wenn die Skiff-Holding-Leader, die Gerüstbau-Leader, wenn die so rum da steht. Was steht an heute? Ja, was steht an? Letzte Horde-Vorbereitung, morgen ist Horde. Sprich, wir brauchen Holz und wir brauchen Cobblestone, um das Ganze mal hier so richtig aufzuwerden. Dann haben wir noch eine Quest noch vor uns. Da drüben, die machen wir jetzt als allererstes. Dass wir das dann auch hinter uns haben, das Fahrrad steht unten. Ich glaube, hier hinten auf der Seite müsste das sein. Ja, hier war letzte Nacht nochmal ein bisschen Lärmradau. Ein paar Zombies. Ja, die habe ich aber schnell abgefrüchtet gehabt. Durch die Öffnung, die da da sind, ging das eigentlich relativ gut. Und mit unserem Schockstab, der sowieso so geil ist, wie ich... Ich verstehe bis heute nicht, warum ich den noch nie benutzt habe. Warum ich den noch nie benutzt habe. Ja, toll, ich höre schon wieder ein... War das wieder ein Halbi irgendwo? Sag ich doch. Sag ich doch, Halbi! Mach das noch. Und das schnell weg. So. Wir haben gefunden. Zweimal Robotnik. Einmal elektrische Handwerksfertigkeiten. Der Rest geht ins Fahrrad. Zupf. Und dann, gib ihm. Dann kommst du drauf an. Mal gucken, wo geht es denn weiter hier? Ich höre schon wieder, da ist schon wieder jemand unterwegs. Bestimmt, da hinter der Mauer. Das ist bestimmt hinter der Mauer hier. Ja, bockst du nur hier rum. Ich probiere in der Zwischenzeit mal hier, was hier so Sache ist. Säubern müssen wir. Mach mal da doch. Ja, 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 ja. Scheiße. Lass mich raus. Ja, ja, ja. Mach mal hier zu. Hab ich mir gedacht, dass da... Soweit ist. Da geht's raus. Da sollen wir aber wohl nicht hin, denke ich mal. Nein. Da ist verschließt. Da ist verschlossen. Okay. Okay, okay, okay. Ich sehe. Wo geht's denn hier weiter? Hier auf ihn. Ach, aha. Hier ist eine Treppe. Hier ist ein Durchgang. Genau, nicht schlecht. Ah, komisch hier. Komm, ich bin hier. Zack, zack. Hier hab ich da was gesehen. Genau. Genau, 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 genau. Medizinische Vorräte. Nägels. Nägels brauchen wir aber eigentlich nicht gerne. Ne, mach die Nägels weg. Schock-Statt-Teile hebe ich auf. Aber das war's denn hier erst mal. Hier geht's nach oben. Ich glaube, ich soll hier nach oben. So wie das aussieht. Lass mich nach oben. Danke. Hier steht noch ein Stuhl rum. Und ein Bücherregal. Guck, gucken wir rein. Was haben wir denn? Sturmgewehrverbesserung und Werkzeuge. Eisenwerkzeug-Stivalität 2. Das ist gut. Da ist das Klo. Da gucke ich gleich mal danach, wo es dahin geht. Okay. Gehe ich nach oben. Knapp vorbei, mein Freund. Das Entriegelz. Da sitzt auch schon wieder einer. Beziehungsweise der saß da. Die saß da. Mach doch hier mal auf, mein Freund. Tritt mal aus. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ups, hier. Oh, ja. Oh, ja. Gut, ich sehe. Ich sehe. Ein paar Steine, das ist gut. Die Rüpf. Hier ist sonst nichts. Was sind denn die fucking Vorräte? Die sind noch beide oben. Ja, ganz schön was los da. Ups, hier ist zwei. Drei. So. Wo ist denn hier was los? Klo. Ah, ein bisschen. Papier. Ah. Hier seid ihr angesiedelt. Gut. Gut. Einmal runter hier. Ich brauche Platz. Na komm. Nicht. So. Ah, ruhe ist. ist jetzt hier ist das treppenhaus ok 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 hier ist verschlossen so was ist hier das licht warum ist hier nicht da geht es noch weiter oben gut 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 und die dinge sind wohl hier drin weil da kommen wir über oben drauf gehe ich mal von aus zumindest elektrische anfahrt fertigkeiten verbessert sehr schön oben gehen wir doch mal nach oben hier wie das spiel das möchte machen wir doch alles kriegen wir kriegen wir hier was hingestellt ja wir kriegen da oben sehe ich keinen ich denke mal da da und da wenn sie drin sein da kommen die anderen beiden an sehr gut ok das waren die beiden hier da unten muss ich noch weiter eben das trepp nicht raus ok da ist nichts mehr gut gehen wir hier hin entblut die entblut haben wir schon mal gefunden leute das ist doch schon mal das ist doch schon mal was medizinische fähigkeiten verbessert sehr schön da sind wir mittlerweile auf 17 ok ok hier ist nur tisch ganz gut und nun mal elektrische fache elektrische ja medizinische fähigkeiten was zum essen das haben uns direkt in den kopf in der hole was ist hier braucht barriere mich schon gar nichts besonderes jetzt so wo ist der ist weiter unten ok gehen wir mal hier rein ah nur noch die vorräte haben wir schon sehr schön leute sehr schön nicht schlecht die quest nicht schlecht das gebäude das hat was das hat was elektrische handwertsfähigkeiten zweimal robotnik so das neue punkt wo geht es hier raus gehen wir mal hier hin gut dann geht es hier raus jupf dann hier einmal runter dann hier hinten lang genau von hier kam ich gewoll jawoll 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 dann ist hier mein fahrrad genau supi supi komm her dann schauen wir doch mal was die liebe jenny jenny girl für uns dafür hat auf da war wohl noch harte unterwegs liebe leute da war noch harte unterwegs dankeschön dankeschön lass die finger von meinem fahrrad kommt erst gar nicht auf die idee das war unfaire alle mami so was ist mit dir da hinten du willst mir in den rücken fallen mein freund ist nicht das lassen wir doch mal ganz schnell da ist noch einer da ist einer zack dann haben wir hier einen boah der stab ist so gut der stab ist so gut und wie gesagt leute das ist ein einsatz starb ein einsatz starb ist das wenn wir so viel glück habe ich dann jeder so eine geile waffe am anfang schon gefunden habe ja doch die knarre noch dazu ist okay aber so lass doch mal gucken zähle ich das mal ja wir probieren auch mal den speer aus muss mir alles ausprobiert haben dann ich brauche holz und ich brauche er war ja klar war ja klar eisenschrauben kann ich herstellen eine schrotze eine kleine das wäre ja noch was für komm hau weg für die horte nach dem endeffekt magazin größe 6 ja kaufe ich kaufe ich für die horte nach können wir gut gebrauen können wir gut gebrauen für die horte nach liebe leute ja tauscht das mal tauscht das mal repariert das direkt sehr gut inventar zack hast du irgendwas was ich sonst noch brauche lieblein bücher was haben wir an büchern forge ahead nehmen wir mit die forge nehmen wir mit benzin tag 7 morgen ist nochmal reset ok 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 nein nix dabei handgriff mod schlagabwehr mod ah ne nix was haben wir denn hier vergraben stromzufuhr abholen beseitig abholen höchst du gut an abholen höchst du gut an äh ja trink dir was mein freund isst dir was dann kannst du hier die beiden mal lernen die schrotze legen wir da hin dann tauschen wir das aus sehr gut sehr gut verkaufen wir das noch ja das verkaufen wir noch braucht kein mensch zack nur 38 tacken aber besser wie nix better than nothing oder wie man früher bei uns gesagt hat besser als in die hohle hand geschisse so ich hole jetzt hier ein paar bäume so liebe leute ich habe hier mal wie ihr seht ein paar bäume geflallt hab auch wieder welche angepflanzt also alles jut wo ist meine base da hinten ist meine base das erste was wir jetzt machen bevor wir hier diese fest angehen damit ich das aus dem hinterkopf raus habe wir werden hier erstmal ein bisschen aufwerten geht ja nicht anders müssen wir machen leute es tut mir leid es tut mir leid aber was muss das muss einmal hoch bitte so dann machen wir hier erstmal leer erstmal hier leer machen mumpeln zack tauschen wir das ganze mumpeln herstellen geht das rein medics ist hier verkauf ist hier vollautomatik mod wo haben wir die mods die mods haben wir hier klicken wir rein so wir brauchen ja das sind nicht viele das sind nicht viele basteln wir mal mach mal 500 ja so wir müssen hier ausbauen so das war das hier oben hier freilassen dann können wir doch hier ein paar tausende aufstellen oben haben wir ja den garten hüpf mach das erstmal erstmal die hier genau so dann das hier die hier kannst du auf jeden fall schon mal anbasteln das ist gar nicht schlimm den hier auch wenn wir das haben an 13 Uhr geht ja von der zeit her weiter dann weiter dazu weiter sagt da seht ihr wieder die vorteile von der gerüst bauleiter man kann das schön durchgreifen und sachen dahinter machen dass das das da kommt nicht mehr hoch sehr gut dann hier weiter basteln den weg für die zombies müssen wir wieder hinkommen wird das auch schön dass da nichts passiert so die müssen ja auch den weg nach oben finden liebe leute geht ja nicht anders wenn die zombies kann wie ich mal oben finden haben wir schlichte karten dann haben wir schlechte karten so das heißt wir brauchen treppen eins zwei drei vier und da kommen die ecken hin genau genau so dann können die schön da hoch acht fertigkeitspunkte leute die müssen wir auch mal vergeben acht wahnsinn jetzt haben wir da zumindest schon mal den weg für die zombies wo es lang gehen können dann können sie hier rein wir machen hier auf hinten ist auch auf die können hier hoch die können hier hoch i like so machen wir jedoch macht das so weit auch schon mal fest dass das schön halt hat genau hier verbunden hier auch dass da unterstützung ist hier aufgemacht sollte reichen dass heute die zombies eigentlich gut reinkommen hier noch fertig die eine seite da sehe ich uns doch auf dem guten weg hier hin so und wie gesagt dann für später kann man hier schön dings hinstellen schrumpfzäune alter habe ich freut wie der wort für eine gestörung das ist ja nicht mehr war wo sind die die kümmer hoch die rohstoffe die können auch mal darüber brauchen wir nicht wie machen wir das mit der beleuchtung warte mal was mal was mal was machen heute machen nimm die mal mit nimm die mal mit hier unter machen wir die einen hier hin würde ich sagen hier hin hier hin und dann zack zack machen wir die so dahin auch nochmal safety müsste ich eigentlich nicht machen aber alles ja genau dasselbe spielchen auf der seite gefällt mir halt anders besser aber ist ok halt ich mach den ja so gefällt mir das da haben wir beleuchtung da können sie auch rein ja da kommen sie rein eigentlich müssten sie reinkommen machen wir hier zu so dalle das haben wir soweit die schmiede was brauchen wir da holzklotz holzklotz rezepte holzblock holzklotz bau den nochmal das hier noch weg zack so können wir die schmiede schon sowohl bastel einmal die schmiede mein freund dauert nicht lang können wir auch schon die werkbank könnten wir auch schon wir brauchen klebeband vier stück 234 und dann die werkbank da ist die schmiede und dann können wir gleich noch die werkbank durchbasteln und es fehlt acht ok wir brauchen die schmiede sein dafür der war meint alles klar da habe ich was falsch gemacht gerade nein die sitzt da verkehrten doof die ist da verkehrten doof wir kommen bau abbau abbau ab heute noch heute noch bitteschön dankeschön hier hinstellen ja ich baue die dahin ich baue die dahin brotstoffe ein paar raus da haben wir schon mal ein bisschen was reinlaufen lassen das ist ok ich baue die mal rein eingeschalten mumpeln nimm die mal mit die brauchst du ja das ist immer gut aufgestellt für die ordnernacht da sehe ich kein bedenken das läuft da aber auch mal unten noch ein bisschen freiklopfen und zwar hier machen wir anders das machen wir anders machen wir anders na das machen wir anders nein das machen wir anders wir haben die schmiede das bedeutet dass wir die schmiede haben dass wir dings herstellen können ab morgen so was ist hier noch gebacken quest ist dahinter was war das war das für eine quest da fahren wir hin da fahren wir auf jeden fall mal noch hin und schauen uns das ganze mal an so bike 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 steht da vorne bike steht hier ab einmal zu fest fahren einmal gucken was das ist hier durch ruschen da waren mülle einmal ich hab's gehört olive residence ok 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 hatten wir den schon mal aufgemacht ja den haben wir schon geknackt den haben wir schon geknackt aber da haben wir noch nicht reingenommen ok nevermind zack 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 auf zur quest ja ich hab dich gehört ich hab dich gehört fräulein ja alles gut zack ah ja das kenne ich noch netter aus ja dann schauen wir mal dass wir diese quest hier schnell endlich kriegen Entschuldigung Starten Ja, dann rein da Okay, wir müssen da wohl runter Wir müssen hier runter Schauen wir mal weiter Upsi Da ist ja schon eine Mutti Da ist eine tote Mutti Da ist eine tote Mutti Da ist die nächste tote Mutti Upsi Upsi Na, ich doch Warte mal, Tee Ich höre doch hier jemanden Holz, sehr schön Holz ist gut Trinkt hier was Isst hier was Dann kann es weitergehen Warte Zwei Drei Vier Zwei Drei Vier Ja Ich habe es schon gesagt Da ich den Schockstab liebe Ich glaube ja Das ein oder andere Mal habe ich es erwähnt Tools, sehr gut Die Lichtermot für das Auto Motorrad Dahinten ran sind auch schon die Die Vorräte, die ich suchen soll So, dann düsen wir doch mal Schnellverfahren hier durch So, großartig looten werden wir hier nicht Nee, nee Fräulein Nö, nö Bücherregale, die nicht Ich nehme mich mit So, hier ist dann dicht soweit Hier geht es weiter Gut Gehen wir hier weiter Das wird die Quest noch fertig kriegen Heute Liebe Leute Sonst was? Nein Aua Aua Das war nicht nett Mach hier mal auf Danke Gut, hier geht es dann nach oben Gut Das war das Das war das Schön, dass wir darüber gesprochen haben Liebe Leute Loot gucken wir uns gleich genauer an Äh, das muss schnell mal hier durch So, das war es schon Mehr und mehr Loot gibt es hier nicht Mehr Loot gibt es hier nicht Ist ja nicht viel Na gut Hat so einen Vorteil Wir sind schnell durch Hier hüpf Den nehmen wir bitte noch mit Und raus Steinchen sammeln Einfach hier reingucken Den Rüssel da mal reinhalten Wie man so schön sagt Und dann sind wir schon durch Das ging ratzfatz Sehr gut Ja, die Wir sind eigentlich gut aufgestellt Für die Für die Horde Da dürfte nicht viel passieren Wir sind gut bewaffnet Ich denke mal Die Base wird auch halten Das ist die erste Horde Da wird nicht viel passieren Da wird nicht so viel passieren Ob ich zumindest mal Man weiß es nicht Man weiß es nicht Aber ich gehe von aus Das war die iCandy Company Wo ich war Gestern Beziehungsweise Vorhin War das vorhin? War das in der letzten Folge? Ja, ich bin stellenweise Ein bisschen verpeilt Ihr merkt es Aber nur stellenweise Nur ein bisschen Das ist nicht viel So, einmal hier rein Zack Jetzt regnet es auch noch Wie viel Gatte Dukes? Den Schraubenschlüssel Den nehme ich gerne Den Schraubenschlüssel Nehme ich doch gerne So Ich glaube Verkaufen will ich nix Halt 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 Nehmen wir dat Machen wir morgen Eine Quest Vielleicht zwei Quest Je nachdem wie die Zeit ist Und dann die Horde Ich denke mal Es wird eine Quest werden Ja, da ist ja auch schon Da war sie Mit dem Fahrrad was Ja, ein paar Sachen waren drin Gut Hier steht auch alles Ja, alles vorbereitet Sehr gut Mach hier mal zu So Das war wieder sehr geschickt Joga man Das war sehr geschickt Es ist so wie es ist Schiefer Arsch Gibt die Schiefe Schiss Das einmal schnell durch Gehauen hier Du gehst Erstmal nach unten Wir haben glaube ich auch noch einen ganzen Haufen An Punkten über Oder wie war das Verändern Mach dich erstmal da rein Auf den Kopf haben wir den Ja Den behalten wir Der ist gut Okay Wir haben also noch kein Helmlicht Schade So Das und das geht da rein Das wird verkauft Das machen wir morgen Das geht da rein Einmal die Parts Machen wir hier mit Stoffplätzen Stofffetzen Die fetzigen Stoffe Ja da ist schon schön Leben Schmeiß das an Dann räumen wir das noch weg Dann sind wir durch Dann sind wir durch So liebe Leute Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao 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 Ciao